Ach du Scheiße. Na gut, dann wird die Folge ein bisschen länger. Wo sind sie denn? Da. Halt! Ich seh nicht mehr durch. Geh doch mal nach unten. Das wird ja ein Krampf. Da freu ich mich ja jetzt schon drauf. Ich seh hier gar nichts. Wo sind die denn alle? Nun geh doch mal runter. Das ist doch wohl ein Witz. Ich treffe hier gar nichts. Was soll ich denn machen? Hallo? Runter! Ich geb doch Gas. Mehr kann ich nicht machen. Fliege jetzt hier unten am Berg lang. Ich hab überhaupt keine Chance hier. Ich hab mal was getroffen. Ich hab den Kampf eingebrockt. Das war verdammt knapp. Ich war verdammt beschissen. Was jetzt? Ich repariere doch die ganze Zeit. Noch mehr Juries. Ich seh sie. Halt deine Unterhose fest. Oh Mann, Entschuldigung, dass ich nichts sage. Aber ich muss mich hier so was von konzentrieren. Der ist hinter mir dran. Die soll ich jetzt alle alleine machen oder was? Oh, das klingt gar nicht gut. Oh, so viel. Ah, das ist. Vier gegen ein. Super. Oh, kacke. Das ist doch gar keiner hinter uns. Was erzählt er denn hier? Jetzt guck ich auch noch nach hinten auf die Karte, Scheiße. Misst, Dreck, verdammter. Komm, runter, 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 runter. Ich seh hier nicht mehr durch. Ah, nun. Hätte ich bloß nicht auf den gehört. Mäh. Buße. Geht nicht. Kann ich nicht. Da klappt es doch mal. Oh. Bunter. Vielleicht schaffe ich es einmal zu reparieren. Nee. Na, komm. Boah, ich kriege wieder Schwitzen. Und die Folge, naja, ist egal. Ein Flugzeug gegen vier. Übertrieben. Hohohoho. Und wieder Gas geben. Den haben wir auch. Der hat auch schon ein bisschen. Oh, ich komme nicht ran. Scheiße. Scheiße. Ich mag keinen Luftkampf. Ich hätte viel lieber nur geschossen. Kann da nicht ein anderer fliegen? Oh, oh. Nö, los. Schön rumeiern. Ich brauche das ganze Mausbett hier. Einmal müssen wir schaffen. Da ist einer. Der brennt. Scheiße. Ach, nee. Uh, uh. Wo fehlt er wohl hin? Da lang! Und wir verfolgen ihn! Der will abhauen. Na gut. Dass so eine gute Idee ist. Die arme Sau da hinten, die muss doch durchgefroren sein. Hoch 3 zum Quadrat. Wir sollten nur umdrehen. Ach, scheiße auf die Basis. Haha. Hochziehen. 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 Oh. Ist das ein Idiot. Ja, geh mal da drauf in Deckung. Wow, sieh mal da. Aha. Aha. Alles okay? Ja, alles okay. Wir müssen die Fotos sofort zur Basis bringen. In Ordnung. So entdecken wir zufällig, wo die Deutschen ihre Munition für die halbe Westfront lagerten. Und mit Wilsons Fotos konnte das Hauptquartier einen Angriff starten. Es gab nur ein Problem. Ich bin nicht sicher. Ach komm schon. Das war großartig. Dafür kriegen wir eine Auszeichnung. Wir hätten gar nicht dort sein dürfen. Wenn der Commander die Fotos sieht, ist das egal. Wir waren echt gut. Und können es wieder sein. Ich habe einen Vorschlag. Wenn wir das durchziehen, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Klar doch. Verspreche es. Ich will dein Wort. Okay, ich verspreche es. Er ist nicht ehrlich. Bleib hier. Mach mir ja keinen Ärger. Herein. Ich mochte den Kerl irgendwie. Aber er war ziemlich naiv. Ich glaube, du bist ein kleines Arschloch. Sie sollten sich die hier mal ansehen. Bei allen Heiligen. Sie müssen einen Wahnsinnspiloten. Hier, wie es uns versahen, waren wir wieder in der Luft. Wir hatten Befehl, den Weg für die Bomber freizumachen, damit sie diese Festung zerstören konnten. Aber vorher sollten wir ihre Luftschiffbarriere abschießen. Stell dir mal vor, du bist Späher auf so einem Luftschiff. Recht gehabt, Fritz. Als nächstes mussten wir uns um ihre Flugabwehrwagen kümmern. Der Angriff war schon in vollem Gang, als wir ankamen. Wir mussten alle Verteidigungsstellungen ausschalten und dann unsere Bomber zum Ziel eskortieren. Ach du Scheiße. Aber sie sagten, ein Sieg könnte den Verlauf des ganzen verdammten Krieges verändern. Wilson war natürlich alles andere als begeistert. Jetzt, wo wir es tatsächlich machen, fühlt es sich richtig gefährlich an. Vertrau mir und schneide ich ordentlich an. Hol die Luftschiffe unter, damit der Weg für unsere Bomber frei ist. Ich schieße doch schon die ganze Zeit rauf. Wir haben einen hinter uns. Die Luftschiffe. Jetzt geht's besser als in den Bergen. Komisch. Das war Zicht. Flak. Ich zerstöre die Flak. Da, zwei Waffe wechseln. Ich krieg gar nichts kaputt. Oh, wie soll man das schaffen? Ich muss reparieren. Einmal, 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 einmal. Jetzt rum. Und runter. Komm, wir schaffen das. Der schießt nicht. Oh, zwei haben wir weg. Oh. Runter. Gut. Gas geben. Oh, mein Schiff. Mein Schiff. Mein Flugzeug. Gut. So. Rum. Ich muss mal kurz, ne, äh, ein bisschen ein paar flicken und ein bisschen spucke. Und dann, uh, 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 und dann geht das schon. Ich treffe sie nicht. So, die Raketen sind wieder aufgeladen. Heizt diesen Wagen ordentlich ein. Ah, scheiße. Uh. Ich hatte nur noch 37 Prozent. Oh, jetzt, 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 jetzt. Andere Waffe. Folge der Bomberformation. Halt die Jäger von ihnen fern. Klein Problem, Wilson. Ja, geht. Ich wirst gestaunen. Ich weiß, ich weiß. Wo, 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 wo? Da. Wo, wo sind, ich sehe hier gar nicht durch. Na, das wird nix. Ich weiß gar nicht, wo meine Bomber sind. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ah, dreh, 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 dreh. Runter, runter, runter mit der Nase. Bin viel zu hoch. Und abwärts. Ach, was soll's. Hat es geschafft. Ich bin angewandt. Weiter so. Doch ist es nicht vorbei. Ich kümmere dich um die Jäger, bis die nächste Welle kommt. Das machen wir. Unter uns geht Flugabwehr in Position. Dieser Wagen werden unsere Bomber vernichten. Was denn nur als erstes? Ich kümmere mich um die Wagen. Sagt mein Flugzeug. Da. Ach, das sind nur so eine kleinen. Kurz reparieren. Wo, 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 wo. Oh. Da. Hm. Ein Rumgeeire. Ne, los. Und runter. Runter, 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 runter. Ja. Oh, was? Das ist einfach... Es dauert auch zu lange, bis er diese ollen Raketen nachgeladen hat. Für mich. Was? Meiner ist weg. Wieder nicht. Hast du? Gut. Gut. Ich muss die nehmen, die angreifen. Ja. Wo sind meine Bomber? Da. Komm, 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 komm. Ich sehe hier gar nichts. Wo ist denn hier ein Bomber? Da. Och. Was ist das denn hier? Der fliegt immer höher anstatt runter. Da ist ein Bomber weg. Hier geht's auch nicht mehr gut. Wo, 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 wo. Jetzt. Oh. Oh. Kodex, einfach strategischer Bomber. Die gehen da drauf spazieren? Scheiße. Wir sind gekommen. Ich schaffe das. Festhalten. Oh. Ich schaffe das. Festhalten. Und? Ah, es speichert. Mann. Also, die Sequenz mag ich nicht. Das gebe ich ehrlich zu. Also, das sieht man auch daran, wie ich mich anstelle. Das Ding hier halbwegs zu steuern, das ist sowas von kompliziert. Hat ein Eigenleben, das Ding. Der Vogel war hinüber. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt. Einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Ich für ihn. Ich hatte ganz andere Probleme. Das, du bist ein Arschloch. Du bist echt ein Arsch. Naja. Machen wir. Dein Arsch. Machen wir. In der nächsten Folge. Ich werde mich jetzt erstmal... Kannst du mal ruhig sein? Ah, warte. Kann ich irgendwas machen? Ah, jetzt geht er von alleine raus. Nimmt den Spaten. Weil das Gesappe... Oh, das Rumgeeiere geht mir hier auch auf den Sack. Mann! Ist denn das so kompliziert? Äh, er... er... Geh ins Haus. Ich hau alles kaputt hier. Ich wollte Pause machen. Spiel. Jetzt fängt es wieder Spaß zu machen. Ja, warte. Du bist noch dran. Ja. Oh, ist das brutal. Ich will nur so viel sagen. Ich habe Übung im Schleichen. Durch Hintereingänge von Bars, aus Schlafzimmerfenstern... Die Details tun nichts zur Sache. Wie auch immer. Sobald die Deutschen erledigt waren, setzte ich meine Fähigkeiten ein und machte mich auf den Weg nach Westen zur britischen Front. Geräuschlos wie eine streunende Katze. Hm. Ich mag ihn nicht. Okay. Tschüss! Okay. uş extend. 60 40 80 40 80 80 80 40